Wie gut ist die Performance vom Mercury Avatar 7.5e? Wir testen den Motor heute mal an einem 3-Meter-Schlauchboot von Quicksilver. Fahrwerte, Konkurrenztest, Vor- und Nachteile des Motors, das alles und noch viel mehr im Video. Los geht's nach dem Intro. Moin liebe Bootsfahrer, ich bin Johann von e-bootsmotoren.tv. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute auf den Mercury Experience Days 2024 und testen fleißig Elektromotoren für euch. Hier sind wir beim Avatar 7.5e, es gibt aber auch noch viele weitere Motoren hier zum Testen. Rund 20 Grad, Sonnenschein, bestes Wetter, seid gespannt auf den Avatar 7.5e. Neben dem 7.5e gibt es ja auch noch den 20e und den werden wir in einem separaten Video testen. Mercury hat ja auch den 75e und den 110e vorgestellt, die beide noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Wenn ihr selbst in Düsseldorf wart, habt ihr mit großer Wahrscheinlichkeit auch meinen Kollegen Elias am Mercury Stand gesehen. Wir sind gespannt, wann wir die stärkeren Motoren endlich mal testen können. Abonniert am besten unseren Kanal, um diesen Test nicht zu verpassen. Wir begeben uns jetzt ganz tief auf die technische Ebene. Im Mercury Avatar steckt ein starker Transversal-Flussmotor. Diese Technologie ist extrem komplex und wurde bislang noch nicht in der Bootsbranche genutzt. Der Vorteil ist ein noch höheres Drehmoment bei insbesondere niedrigen Drehzahlen. Das macht den Vorteil recht klar, geringerer Verbrauch und somit eine höhere Reichweite. Der Motor hat eine Spannung von 48 Volt, eine stufenlose Geschwindigkeitsregelung und ist nach IP67 vollständig wasserdicht. Der Avatar 7.5e hat eine Eingangsleistung von 916 Watt. Unterm Strich also vergleichbar mit den 1-KW-Modellen von ePropulsion oder Torquedo. Der Name 7.5e steht für die 750 Watt, die an der Propellerwelle ankommen. Diese neue Kennzahl verwendet bisher aber kein anderer Hersteller und das macht den Vergleich mit anderen E-Außenbordern nochmal schwieriger und ist für viele etwas verwirrend. Viele denken, dass es sich dabei um 7,5 kW handelt. Dem ist aber nicht so. Aus unserer Sicht ist es durchaus sinnvoll, nicht nur die Eingangsleistung zu vergleichen. Aufgrund unterschiedlicher Technologien, Propeller und Wirkungsgrade ist die Zahl einfach nicht aussagekräftig genug. Interessant wäre doch die Vortriebskraft bzw. die maximale Geschwindigkeit am gleichen Boot. Den Avatar Propeller aus schlagfestem Verbundwerkstoff gibt es in drei Steigungen, je nach Boot und Nutzung. Dank des Dreiblattdesigns wird die Schubkraft bei minimalen Geräuschen und Vibrationen optimal genutzt, wodurch die Akkulaufzeit verlängert wird. Interessant, dass sich Mercury im Vergleich zu einigen anderen Herstellern für einen Dreiblattpropeller entschieden hat. Der Avatar Außenborder besteht selbstverständlich aus erprobten, korrosionsgeschützten Materialien und Beschichtungen. Diese werden logischerweise auch von Mercury bei den Verbrennungsmotoren verwendet. Der Motor sitzt wie bei E-Propulsion oder Aquamod unter Wasser und wird passiv durch das umliegende Wasser gekühlt. Werfen wir mal einen Blick auf die Steuerung. Bei der Pinne haben sich die Mercury-Ingenieure etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die Pinne ist so konzipiert, dass jeder das Ruder übernehmen kann. Man kann sogar die Richtung verändern, indem man den Hebel hier nach oben macht und dann dreht bis zum Einrastpunkt und so verschiebt sich die Position der Pinne. Also man kann entweder als Linkshändler steuern oder entsprechend als Rechtshändler. Unterhalb der Pinne ist ein kleines Rad, an dem man den Widerstand einstellen kann. Von sehr leichtgängig bis doch etwas stärker, je nachdem ob man viel oder weniger Kraft in den Händen hat. Hier an der Seite kann ich den Winkel der Pinne verändern. Wenn man jetzt die Pinne nach unten klappt und dann feststellt, kann ich diese auch als bequemen Tragegriff verwenden. So spart man sich zugunsten des Designs einen Bügel. Sehr, sehr gut durchdacht. Für die Motoren mit Fernsteuerung haben wir natürlich auch passende Fahrhebel. Die Steuerungen sind für die verschiedenen Einbaupositionen gedacht in drei Ausführungen. Mittelkonsole oder seitliche Konsole, entweder links oder rechts. So, aktuell fahren wir mit genau 100 Watt im unteren Leistungsbereich und erreichen damit gute 4, 4,5 kmh. Auch ein kleines bisschen mehr. Das ist schon ziemlich gut. So, aktuell fahren wir mit 250 Watt. Ich gehe mal in den vorderen Bereich des Bootes. Und jetzt sind wir bei 250 Watt. Das ist so unsere empfohlene Leistung für Dingys in der Regel bei 6 bis 6,5 kmh. Damit kann man dann mit der Akkugröße auch drei bis dreieinhalb Stunden am Stück fahren und hat insgesamt eine Reichweite von knapp 20 kmh. So, jetzt fahren wir mit halber Leistung. Ich gehe mal wieder in den vorderen Bereich des Bootes. Und mit einer guten Gewichtsverteilung bei 500 Watt sind wir schon bei 7,5 kmh. Ja, circa 7 bis 7,5 kmh. Bei halber Leistung, zwei Stunden Fahrt, insgesamt 15 kmh Reichweite. Wir testen jetzt bei voller Leistung mit 1000 Watt und erreichen circa 8 kmh, 8,3, 8,5 so in dem Bereich an einem 3 Meter Schlauchboot. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Damit kann man arbeiten. Mehr hätten wir aber natürlich auch nicht erwartet. So sieht es bei der Konkurrenz mit dem Spirit Plus und dem Torquedo Travel auch ungefähr aus. Jetzt mit der Stoppuhr. Los geht's. Geht auf jeden Fall zügig nach vorne. Und jetzt nach circa 7,8 Sekunden sind wir auf voller Leistung. Knappe 8 kmh. Fährt sich auf jeden Fall gut, wenn wir jetzt eine kleine Kurve fahren. Manöverfähigkeit ist top aus meinen Augen. Die Pinne generell, die Haptik der Pinne ist sehr, sehr angenehm. Und die vielen Einstellungsmöglichkeiten, die man hat von der Sitzposition, macht sich sehr, sehr gut und angenehm im Boot. Das Einzige, was nicht ganz so leicht war, war beim Einbau. Dadurch, dass der Motor dann noch ein bisschen schwerer ist. Der Motor selbst wiegt circa 16,7 Kilogramm. Die Batterie noch dazu ist man bei einem Gesamtgewicht von knapp 27 Kilo. Ist im Vergleich zu den anderen Herstellern dann doch ein bisschen mehr. Ansonsten, das Display hat die perfekte Position aus meiner Sicht. Bei den anderen ist die so ein bisschen oben auf der Pinne. Und man kann nur ganz schwer raufschauen. Das ist beim Avatar deutlich besser gelöst. So, machen wir nochmal volle Fahrt. Und stoppen dann mal auf. Zack. Kurze Verstrubelung. Aber innerhalb von ein paar Metern bringt man das Boot locker zum Stehen. Fährt sich sehr, sehr gut. Wir achten jetzt mal ganz speziell auf die Lautstärke. Hier auf dem See sind natürlich gerade die Mercury Experience Days. Das heißt, ihr hört vielleicht den ein oder anderen Verbrenner. Aber wenn wir mal ganz nah an den Mercury Avatar rangehen. Ja, und mit der Leistung ein bisschen hochgehen. Jetzt hören wir ein ganz leichtes Surren. So bei, ja, ich sag mal 250 Watt die Richtung. Wenn ich ihn jetzt im Showroom anhabe, dann hört man ihn schon relativ laut. Aber im Wasser ist er kaum noch zu hören. Also, ich sag mal, nahezu lautlos ist schon eine wirklich gute Beschreibung. Und auch wenn wir jetzt mit der Leistung hochgehen. Naja, jetzt fängt einfach nur noch das Wasserplätschern an. Und man hört den Motor gar nicht mehr. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch mit der Lautstärke. Aber wenn ich mir das jetzt hier so ansehe und anhöre, hört man fast nichts. Man hört ein leichtes Surren, aber das ist vollkommen okay. Das ist bei anderen Motoren ähnlich oder sogar noch viel lauter. Von daher würde ich dem Avatar 7.5e hier 8 von 10 Punkten geben. Welcher Preis erwartet uns für den Avatar 7.5e? Nicht erschrecken, wir reden hier von 3.549 Euro für einen E-Motor mit 1 kW-Leistung und einer 1 kWh-Batterie. Das ist natürlich ein stolzer Preis. Der Motor ist aufgrund der vielseitigen Features, aber auch einfach nicht mit einem Huffing Ultima vergleichbar. Das ist nochmal eine ganz andere Welt. Im Premium-Bereich ist der Avatar aus meiner Sicht am ehesten mit dem Torkido Travel zu vergleichen. Aktuell, bis September 2024, gibt es ja noch eine 300 Euro Cashback-Aktion von Mercury. Das heißt, ihr kauft den Motor einfach bei uns im Shop, registriert ihn dann online bei Mercury und bekommt 300 Euro erstattet auf euer Konto. Unterm Strich seid ihr dann also bei 3.249 Euro. Wenn ihr nach dem Video auch so überzeugt vom Avatar seid und der neue Mercury an euer Boot passt, dann schaut doch gerne mal bei uns im Online-Shop vorbei. Hier könnt ihr euch auch noch in Ruhe weiter informieren oder uns natürlich auch kontaktieren. Den Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Wir kommen jetzt zum Konkurrenzvergleich. Lasst uns doch mal schauen, welche Außenborder mit integrierter Batterie es in dem Leistungsbereich noch gibt. In der Vergleichsansicht geht es los mit dem Spirit 1.0 Plus. E-Propulsion ist insbesondere aus Preis-Leistungssicht ein großer Favorit, vor allem da der Motor rund 1300 Euro günstiger ist im UVP. Dafür hat man aber auch ein Modell, das qualitativ mit dem Display, dem Klickmechanismus und der Handhabung nicht ganz auf Augenhöhe ist. Ein großer Vorteil beim Spirit ist sicherlich die größere Batterie und das fast 8 kg geringere Gewicht. Wir haben an nächster Stelle natürlich den neuen Torquedo Travel vom großen Konkurrenten und bestehenden Marktführer im Bereich der Elektroantriebe. Die neue Version macht einen extrem hochwertigen Eindruck, ebenfalls mit App, vielen Verbesserungen wie dem Klickmechanismus beim Akku, der klappbaren Pinne oder der flexiblen, aber robusten Finne. Die größten Vorteile liegen sicherlich im leicht günstigeren Preis und im geringeren Gewicht sowie an der etwas größeren Batterie. Darüber hinaus gibt es auch noch einige Torquedo Travel 903 aus der limitierten Übergangskollektion. Der Preis mit 2.199 Euro kann sich natürlich sehen lassen. Allerdings sind hier noch nicht die ganzen Features integriert, die es beim neuen Travel gibt. Qualitativ mit Display und GPS bestimmt ein bisschen besser als der Spirit, allerdings ist die Batterie auch kleiner. Wichtig hier ist zu erwähnen, dass es den Motor nicht immer geben wird und er irgendwann ausverkauft sein wird. Gerade für die Übergangszeit, in der es bei Torquedo vielleicht noch ein paar Lieferprobleme gibt oder gab, keine schlechte Sache. Ansonsten gibt es natürlich noch den deutlich einfacheren H-Swing Ultima 3.0 aus China. Der Motor hat kein Display, überzeugt aber auch durch einen Steckmechanismus beim Akku und den günstigsten Preis bei E-Motoren mit integrierter Batterie und 1 kW Leistung. Mit 1.699 Euro kostet der Motor weniger als die Hälfte vom Mercury 7.5e. Der größte Nachteil ist sicherlich die etwas höhere Lautstärke. Am besten schaut ihr euch dazu mal ein separates Video von uns an. Der neue Temo 1000 sieht ganz interessant aus und war nach dem Remigo einer der Vorreiter mit diesem neuartigen Design mit dem Akku im Schaft. Der Temo 1000 wird jetzt ca. im August lieferbar und hat im Schwerpunkt und auch in der Bedienung am Segelboot einige Vorteile. Designtechnisch finde ich den, genau wie den E-Light, auch ansprechender als die Motoren mit diesem klobigen Akku oben drauf. Die Bedienung ist ebenfalls kinderleicht und intuitiv und wir hoffen, den Motor zeitnah mal zu testen. Als letztes gibt es noch das Urgestein, den Aquamod Trend 1.1 oder 1.3 mit 640 oder 1280 Wattstunden Akku. Die in Österreich hergestellten Außenborder beginnen preislich bei 2299 Euro. Die Motoren sind auch nicht ganz so modern und kommen ohne Schneeckstack wie in ein Farbdisplay oder eine App, überzeugen bei Bedarf aber auch mit mehr Leistung bis zu 1,8 kW, was insbesondere für etwas schwerere Segelboote eine tolle Sache ist. Und was mich nach wie vor extrem positiv stimmt, ist das geniale Design. Mit dem Teil hinten am Boot wird direkt das ganze Boot aufgewertet. Das ist natürlich auch ein Stück weit Statussymbol, damit zu fahren fühlt sich aber auch einfach wirklich gut an. Die Performance war in jedem Fall gut, Maximalgeschwindigkeit und Effizienz waren eigentlich genau wie erwartet. Wir kennen ja die anderen Hersteller und die anderen Außenborder mit integrierter Batterie und da war jetzt sicherlich keine Überraschung dabei. Es ist nach wie vor der teuerste Außenborder mit 1 kW Leistung und daher absolut im Premium Segment einzuordnen. Es ist ein Motor für Leute, die Wert auf die Optik und den Namen legen. Wer privat Mercedes fährt und auf eine tolle Verarbeitung und ein schönes Display steht, für den ist der Mercury Avatar sicherlich eine tolle Option. Ich hoffe, ihr habt insbesondere mit den Fahrwerten am Boot jetzt einen guten Eindruck über den Avatar bekommen. Habt ihr noch Fragen dazu? Dann schreibt es uns doch gerne mal in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen, wir testen als nächstes den stärkeren Avatar 20e und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, euer Johann. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.